Hey Leute und hiermit auch wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns und zwar sind wir heute mal wieder mit der Großfamilie, um korrekt zu sein, sind wir hier nur mit Mari und Oma Betty und zwar waren wir jetzt für eine lange Weile nicht mehr hier bzw. ich war leider inaktiv mit der ganzen Familie auf YouTube, aber da hat sich auch einiges geändert dann, was so auch mit der heutigen Folge was zu tun haben wird. Und entweder kommt dieses Video, nachdem alle alten vorgedrehten Videos vom Dezember online gekommen sind oder das ist das allererste Video und ich warne euch sozusagen und sagt mal, die ganzen Videos, die ab jetzt kommen werden, sind vorgedrehte Videos, aber da kommen dann wahrscheinlich am Anfang noch so, nicht Warnungen, aber da kommt dann am Anfang wahrscheinlich im Intro noch so ein Zeichen, das vorgedreht ist, aber kann man sich auf jeden Fall auch geben. Ähm, ich glaube aber, ja, keine Ahnung, ich gucke mal wie es passt und dann gucke ich dann, wie das Video kommen wird, aber was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, dass, ähm, was wollte ich denn sagen, ich habe mein Intro schon gefühlt vergessen. Äh, falls euch das Video gefällt, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal kostenlos und schaltet zudem die Glocke an, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst, denn ab jetzt versuche ich aktiver zu werden und, ähm, ich habe auch definitiv Bock, nur vorher hatte ich auch Bock, ich habe aber eine Entschuldigung. Warum wir nicht da waren, also das muss ich ja auch noch erklären. Und zwar bin ich umgezogen, also in Real Life und, äh, das hat auf jeden Fall eine Weile und Zeit gekostet und da konnte ich auch gar nicht mehr aufnehmen, weil mein Setup war nicht da und auch, äh, so wenn. Ich hatte auch gar keine Zeit, weil ich schreibe unendlich viele Klausuren, also immer noch, aber ich habe mir gedacht, heute wird mal Zeit umzudrehen, weil das hat sich einfach falsch und illegal angefühlt, so lange nicht mehr zu drehen. Aber das heutige Video ist, äh, etwas anders als die, äh, ganzen anderen Videos und zwar, ähm, hat Oma Betty sich ein Zuhause gekauft, ist schon eine Weile her, aber es wurde jetzt eingerichtet, also ist immer noch nicht komplett fertig. vorbei und wir nehmen euch mal dabei mit, weil wir haben ihr Haus auch noch nicht gesehen, also nur als es leer war, aber nicht, als es eingerichtet wurde. Deshalb, ähm, bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird und ich würde dann sagen, los, bis zum Video. So, Leute, Mari und ich befinden uns aktuell in der Küche, natürlich unser Lieblingsort auf Planet Erden und wir dachten, wir, ja, falls ihr das noch nicht gesehen habt, dass das erste, nee, das ist nicht das erste Video in 2023, glaube ich, sogar, ähm, nur nach einer Langeweile. Deshalb ist das so ein Kuchen, der ein Statement setzen soll, aber Mari und ich werden jetzt Backen und Sachen, ähm, sozusagen vorbereiten für Oma Betty, weil das ist so ein Housewarming-Geschenk und wir bringen ihr das dann so vorbei, also alle Sachen, die wir so machen. Und hier sind, äh, Candy-Herzen und ich werde mal Mari welche geben, weil ich so nett bin. Danke. Bitte sehr. Da kannst du auch ein Taste-Testing machen und dann kannst du die bewerten. Die werden eh nicht so gut sein, weil das ist gefühlt Plastik, aber... Ich kann die nicht nehmen. Echt? Ich kann die nicht nehmen. Moment, da müssen wir mal schauen. Oh mein Gott, ich auch nicht. Sind die für den Bildschutzwecken da? Wisst ihr darüber besser Bescheid als wir? Aber dann sind die ja für immer hier fest. Ähm, okay. Ui. Super, das kann man ja richtig gut jetzt weg machen. Ähm, ah, ui. Ja, das war jetzt ein Taste-Testing, würde ich sagen. Wir machen alle Sachen, was, äh, Valentine's Day-related ist. Also ich fange mit einem Heartcake an und dann, ähm, ja, wir können ja sagen, was wir so an Sachen machen. Also, ja. Ähm. Ich fange mit einem Heartcake an und dann, äh, wir können ja auch mit einem Heartcake an und dann, äh, wir haben ja zum Glück drei Backöfen. Das heißt, das Ganze geht relativ schnell. Hoffe ich mal. Ich mache jetzt Heartcookies. Oma Betty wird jetzt bald an Diabetes leiden müssen, nachdem wir dabei kommen. Wir sind dann so, hey, wir haben was mitgebracht. Am Ende war das gar nicht so eine gute Intention dahinter. So, das ist eigentlich alles, was wir in der Zeit eigentlich machen können. Gibt es so Valentine's Cake Pops oder nicht? Ich glaube nicht. Weil dafür braucht man eigentlich nie einen Backofen. Also das kann man auch so machen, weil wir besetzen jetzt eigentlich alle Backöfen. Weil, oh, Mari putzt sogar unseren Kühlschrank. So. Das. Echt? Ja. Super. Dann kannst du das einfach so machen. Ich mache Getränke für uns in der Zeit. Natürlich Valentine's Day Edition, also Make Strawberry, whatever das auch ist. Ich glaube Cappuccino. Keine Ahnung. Bitte sehr. Danke. Gibt es noch andere Getränke oder so? Gibt es nicht normalerweise so einen Pink Hot Chocolate? Ja, der ist im Kühlschrank. Sehr nice. Das kann nicht verbrennen, oder? Ich weiß es nicht. Weil letztes Mal ist ja irgendwas bei mir verbrannt. Und daraus wurde ein Edit gemacht. Also ich war, ich erinnere mich da nur dran, weil da war dann so auf meiner For You Page ein Video von mir selbst, wo ich gesagt habe, oh, es verbrannt. Und dann hat da irgendjemand drüber geschrieben, so also in den Kommentaren, also ja, man sollte niemals am Handy sein, während man kocht. Und ich war da dann so, ja, und jetzt habe ich halt Angst, dass das auch noch verbrennt. Und dann ist es dann so. Wie komisch ist es, dass man das nicht mehr nehmen kann? Hast du das gerade nicht genommen? Ist das jetzt für immer fest? Oh nein, ich habe es in der Packung genommen. Oh nein. Deko. Jetzt werden wir für immer einfach von Herzen verfolgt. Was steht da überhaupt drauf? LOL? Ähm, okay. Einfach nur LOL. Die anderen kann ich irgendwie kaum lesen eigentlich. Jetzt müssen wir. Ein Smiley. Ah, und uff. Oh nein, aber der Sound ist abgestorben. Scheiße. Voll der Kack, Alter. Wieso machen die das denn überhaupt da noch hin? Oh. Mein Dings ist fertig. Hier ist irgendwas fertig. Ja. Ich finde, die sollten auch so ein Update rausbringen, dass man einem helfen kann, wenn man backt, weil das ist irgendwie richtig dumm. Weil das ist ja irgendwie so ein Defekt, dass wenn man so versucht, irgendwie so eine Sache von den anderen rauszuholen, dass es dann komplett nicht verschwindet, aber irgendwie nicht mehr richtig funktioniert halt. Ein Schokolade. Ja, Oma Betty, ne? Also, da können jetzt schon einige Zuckerschocks warten. So, wir haben jetzt alle Sachen fertig. So sieht das Ganze nämlich aus und so sollte es auch aussehen. Wir haben nichts verbrannt heute mal. Und das ist einmal so ein Herzkuchen, Cheesecake, Cupcakes, Macarons, Kekse, ein Wiedeinkuchen, aber kein Cheesecake, sondern ein Real Cake. Und, oh Gott. Und das da sind noch Cakepops, die sieht man richtig schlecht, aber jetzt sieht man die vielleicht ein bisschen besser. Und Schokolade, die Schokolade, die Mari irgendwie da platziert hat. Also, die sehen echt ästhetisch aus. Und ich würde sagen, wir können eigentlich, ja, und da unsere Deko, die nicht mehr abgeht. Und jetzt können wir eigentlich los zu Oma Betty fahren, würde ich sagen. Also, es dauert nur eine Stunde. Und, okay, nur eine Stunde ist jetzt ein bisschen schlecht gesagt, aber es dauert eine Stunde. Und ich glaube, das geht sogar voll von der Fahrzeit, nur würde ich das alles dann festhalten. Deshalb wird das ein Spaß. Diese Spülmaschinengeräusche waren so laut. So, jetzt steigen wir in unser Auto ein. Und ja, wir haben ein neues Auto, was wir aber auch nicht zeigen konnten, weil wir so lange nicht mehr da waren. Aber jetzt können wir hier einsteigen und losfahren. Also, es ist ein bisschen gefährlich mit so vielen Sachen. Ich weiß auch nicht, warum wir so ein großes Auto nehmen, wenn wir nur zu zweit sind. Aber manchmal muss man halt den Luxus genießen, würde ich sagen. Ich würde sagen, los geht die Fahrt. Okay, da sind wir auch schon. Die Frage ist, wo parkt man? Oh je, okay, nee, ich habe eine Idee. So, hier können wir parken. So, raus geht's. Ach du heilige Butterkekskanone. Wir klingeln auf jeden Fall. Ich erwarte jetzt, oh! Achtung zum Morgen. Hallo, wir sind hier. Hallo. Guck mal, was wir dir hier mitgebracht haben. Ja, soll ich ein Diabetes bekommen oder was? Ja, das habe ich schon gesagt. Das war unsere Intention. Wo sollen wir das denn hinbringen? Das ist sehr schön. Und rein, und rein. Und rein, und stellen in den Gepäck. Wow. Stell dir, kannst du euch ja abstellen, wenn du willst. Ah, hier, ja. Ui, na hör mal. Sehr gut dekoriert. Also, muss man schon sagen. Sehr krass. Wir brauchen auf jeden Fall gleich eine Roomtour von Oma Betty. Ja, wir haben das mitgebacken. Wir sollen das alles essen. Ja, das sind wir ja alle gemeinsam. Und wenn du noch andere Oma-Gäste hast, wie Susi oder so, dann können die ja gerne essen. Na dann, na. Ja, möchtest du uns mal einen Rundgang machen, wie ist hier alles los? Ja, natürlich. Also, hier haben wir die Küche. Ich glaube, es ist ja klar, ne? Sehr groß. Da gehen wir weiter. Hier ist so ein Chaos, was es ist. Die waren noch übrig, deswegen habt ihr hier hingestellt. Da ist unser schönes Kino des Moons. Mit vielen Fenstern, damit ja schon viel Tagesicht reinkommt. Und um uns fit zu halten, haben wir hier ein kleines Fitnessstudio, so ganz basic hier. Benutzt du das auch? Ja, genau. Kein Kommentar einfach. Ja. Denken wir hier mal weiter. Da hinten haben wir einmal ein Schlafzimmer mit Bad und... Ne, nur mit Kinderzimmer. Da haben wir Kinderzimmer. Die Tür ist ein bisschen... Ja, darüber reden wir nicht. Ah. Und für Gäste, wer weiß, wer noch alles kommt, muss mal vorbereitet sein. Oh, kann man sich hier hinsetzen? Ähm... Und da hinten haben wir so einen kleinen Waschraum. Oh voilà, was mache ich denn jetzt hier? Geh weg. Äh, da... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Extra viele Waschmaschinen, damit man gar nicht viel Platz hat für die Gäste, die da auch immer kommen werden. Ohne kleine Omis. Ohne ein kleines Arbeitszimmer, wo man gemütlich hinsen kann. Ui, ja voll dein Ohr. Das ist immer sehr wichtig, ne? Ja, natürlich. Äh, wenn wir hochgehen, da ist nichts Wichtiges, so ein eigenes Zimmer, aber da können wir auch gerne mal hochgehen, wenn ihr wollt. Natürlich. Also einmal ein Zimmer. Uh, sehr schön. Oh, ich seh. Ah, okay, hier kann man... Ja, so ein cooler Durchgang, das hab ich mir extra gewünscht, ne? Das ist nämlich ganz, ganz toll. Auch wenn man da keine Privatsphäre hat, wenn man da kracken ist, und da ist die Tür offen. In der normalen 2. Spa. Es hat bloß Regen. Ja, hier kann man auch bestimmt schön kacken mit Aussicht, ne? Ja, natürlich. Aber da kann ich auch dumm zu machen. Aber ich lasse immer ordentlich, weil da ist eh keiner. Äh, okay. Okay, aber noch die übrigen Möbel, die stehen ja auch nur mal rum und dann auch mal leider, dann rufe ich das. Normale Anfesschlafzimmer für extra viele Gäste, man will nicht alleine sein und ein kleines Ankleidzimmer. Ähm, kommen bei dir oft Gäste? Echt, das ist ein riesen Spiegel. Ah, ja. Ja, bei dir kommen bestimmt oft Gäste vorbei, ne? Dann machen wir so die, dann machen wir mal vorbei. Dann machen wir noch mal ein Zimmer. Wow, scheint es ja eine ganze Party bei dir zu schmeißen. Ich weiß nichts, ne? Du hast ja nichts über mich. Ja, ja. Du bist ja so ein Team aus. Also, vorsichtig sein. Ja. Ja, vorsichtig musst nur du sein, ne? Na, na, na. Nicht, dass du dir die Knochen noch brichst. Oh, ist hier ein Garten? Ja, der ist aber auch nicht fertig. Das ist ein bisschen im Grauen, so. Ui, sehr schön. Kann man sogar schwimmen. Außerhalb, weil nein. Ich hole sie denn aus. Sind da so Fische drin? Ui! Oh, Marien. Entschuldige. Wundung. Sind da nicht Fische drin? Wundung. Also, das wäre ein bisschen komisch, dass du jetzt mit denen schwimmst, ne? Ich sag jetzt Fische und Frösche, weil die sind immer so laut für mich. Ähm, Mh, Mari, lecker Frösche. Gönn dir. Was? Mari wird eins mit der Natur, dann so Frösche und Fische. Sie schwimmt da. Ja, da sind so Frösche, Fische und Kalkorben drin. Ja. Lecker. Mh, Mari, mh, jetzt bist du noch lecker geduscht worden mit dem ganzen... Lecker. Und, gibst du schon Mittagessen für uns nach unserer Reise hierhin? Äh, Entschuldigung, ich habe schon was aufbereit mit. Ich muss noch kurz nachdenken, wo das hier ist. So. Ich habe nämlich einmal Spaghetti gehabt. Oh, sehr schön. Wir haben hier einmal eine Portion. Wie alt ist das? Das habe ich vorhin gemacht. Das ist auch noch ganz warm. Ich verspreche mich. Okay, das hoffe ich doch. Ich habe dazu so viel gelagert. Da muss ich mal schauen, wo das ist. Hier ist das zweite Stück. Habe ich extra gemacht vorhin, oder? Ja, ja, hätte ich ja auch gesagt. Wenn ihr was trinken, kann ich euch was anbieten. Wollen wir noch unsere Zimmer aufteilen, damit wir wissen, wo wir übernachten heute? Ja, natürlich, aber sind deine Haustür vorgelegt. Wir sind ja noch ganz dieses Jahr vorhin wieder. Ja, ich bin mal gespannt, was es hier für Sachen zu entdecken gibt. Hast du schon mit Hausgeistern zu tun gehabt? Oder noch nicht? Ja, gestern erst, aber es ist verschwunden. Okay. Nein, ich war es. Alles gut, da ist im Moment. Okay, Ja, wäre ein bisschen komisch, wenn jemand da wäre. Hätte ich schon ein bisschen Angst. Ja, sucht euch Zimmer aus, das ist freie Auswahl hier. Also, mir hat es hier unten sehr gut gefallen. Am Ende ist das so ein Bad. Nee, nee, das so, das schlafen zu machen. Das ist eigentlich voll cool. Das ist schön. Ja. Super. Hier schlafen. Justice for Gordon Blocks, ey. Ja, jetzt läuft Mari da. Ja, Gordon Blocks, ey. Mein Schatz, ich brauch ihn noch. Es gibt hier eh, Oh mein Gott. Mein Mann. Nein. So, wir machen mal am Abendessen. Ja, bitte. Wir haben dich schon mega gemacht. Tschüss. Ich habe nämlich ein Festmarsch, wo heute vorbeheben. Oh, sehr nice. Ich muss aber hier hin, oh, in der Pflanze, das ist perfekt. Ja. Aufs Frankreich. Aufs Frankreich. Guten Appetit. Okay, dann machen wir uns nun bettfertig in, ähm, in diesem schönen Badezimmer von Oma Betty, natürlich mit meiner tollen Zahnbürste. Dann sind wir jetzt bettfertig. Ui, wolltest du mich hier einsperren? Nö, nö. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. So, mein Schlafzimmer ist ja, ähm, da hinten. So, ich bin jetzt in meinem Zimmer. Das ist jetzt eine kleine Roomtour. Ja, eigentlich nichts Besonderes eigentlich schon. Also, ich finde es richtig süß. Aber, ähm, kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Also, es wird jetzt Zeit, dass ich so ein bisschen was auf meinem Laptop gucke und dann schlafe ich langsam wahrscheinlich. Also, ja, ich melde mich wahrscheinlich jetzt am Morgen. Ähm, ich muss mal kurz Mari finden, weil irgendwie war da gerade ein sehr seltsames Geräusch. Nur die Frage ist, wo ist Mari? Ist Mari hier drin? Nein, das ist ein Badezimmer. Ich veröre mich ein bisschen hier dran. Fällt mir gerade auch auf. Ui, oh mein Gott, da bist du. Ich habe mich so erschrocken. Hast du das gerade gehört? Was? Ich war gerade unten, so an meinem Laptop und ich habe was richtig Lautes gehört. Creepy. Vielleicht stimmt das mit den Hausgeistern? Tragisch. Keine Ahnung. Wo ist Oma Betty eigentlich? Dann können wir es hier vorstellen. Ihr Zimmer ist ja da hinten. Ähm. Mein Team geht schlafen? Ähm. Vielleicht im Badezimmer? Ja, das stimmt. Es kann ja sein, dass sie auf Klo ist. Man sollte niemals pessimistisch sein. Ähm. Wieso ist das Licht? Hä? War das Licht nicht gerade noch aus? Doch. Ähm. Ähm. Du gehst vor. Oh, danke. Bitte sehr. Wo ist Oma Betty? Oh mein Gott. Ähm. Sind wir jetzt für immer hier alleine eingesperrt? Ähm. Da kam gerade wieder ein Geräusch. Hey, bitte sag nicht, dass nur ich das gehört habe. Am Ende bin ich irgendwie... Ich habe es auch gehört. Ähm. Vielleicht in Arbeit. Aber wieso sollte sie im Arbeitszimmer... Oh. Ja. Keine Ahnung. Herrbe, sie war doch noch gerade in ihrem Zimmer, als wir schlafen gehen wollten. Es war auch nur ein paar Minuten her. Ähm. Vielleicht im Garten. Weißt du, ist auch ein bisschen komisch um diese Uhrzeit. Aber vielleicht hat sie den Drei, ihre Pflanzen zu wässern. Wo ist sie denn dann? Warte, sie ist nicht hier. Nicht in der Küche. Hast du das gerade gesehen? Das war der Safe-Oma Betty, oder? Aber sie ist doch nicht draußen. Da war was. Warte, sollen wir mal draußen gucken? Ja. Okay. Du gehst vor. Okay. Bitte sehr. Ähm. Der Garage, vielleicht habe ich keine Ahnung, aber... Wo ist sie? Warte, lass mal wieder reingehen und gucken. Ja. Okay, dann lass mal hochgehen und gucken, ob sie vielleicht irgendwo noch hier ist. Hä? Oh mein Gott. Okay, das ist definitiv nicht normal und das habe ich mir auch nicht eingebildet. Oma Betty lebt wirklich in einem Haus mit Geistern und sie meinte, aus Spaß ist war gestern was, aber ich glaube, das war kein Spaß mehr. Nein. Wie kann man hier normal leben? Wir sind jetzt zu zweit und... Wart da was? Oh mein Gott. Ich habe was gehört. Ähm. Hä? Okay, wir müssen uns jetzt hier verstecken, weil es ist schon ein bisschen creepy und... Ich würde die Fenster suchen. Okay. So. Es ist jetzt nicht die beste Entscheidung, aber... Okay. Vielleicht können wir für ein paar Minuten einschlafen und dann passt das. Hm. Verhoffen. Hä? Hä? Ich dachte, es wäre nichts mehr. Wie viel Uhr ist es denn gerade? Keine Ahnung. Okay, das hast du aber auch mitbekommen, dass es gerade geklopft hat, oder? Ja. Ähm. Okay, das Licht anzumachen ist hier die beste Option, würde ich sagen. Mhm. Äh. Ja, okay, hier ist auch gar keine Uhr. Super. Aber wir sind eingeschlafen. Vielleicht ist schon der nächste Morgen. Okay, auch nicht. Ähm. Ah, da kommt ein Geräusch von... Nee, von da hinten. Na, guten Morgen. Hallo. Ähm. Was war das denn die ganze Zeit, als so die Lichter sind an und ausgegangen, es waren komische Geräusche und du warst nicht da? Na, ich war doch im Haus. Wir haben überall gesucht, in jedem Raum, das kann nicht sein. Ja, also ich glaube, ich sehe dich richtig, ich war doch da. Also, hä? Nein. Holt ihr mich hier verendet, oder was? Nee, wir haben das ganze Haus gesucht. Ja, ich glaube, ihr spinnt ja ein bisschen. Äh, nee. Ihr schaut ja ganz glass aus. Na komm. Ich glaube, ich trau, ich glaube, ich brauche Therapie. Tschüss. Ja, okay. Einen Morgentee braucht ihr. Mehr nicht. Okay. Also, ganz ehrlich, ich glaube, ihr ist ja nicht... Wir haben jetzt noch nicht eingewildet, oder? Nee, vor allem, du hast es genau gleichzeitig gehört. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, Morgentee reicht da nicht aus. Ich glaube, ich bin mir in der Tattoo. 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 Vielen Dank.